es ist so dann hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde Worms Clan Wars gegen den guten Chris Jo, Hallöchen! So, letzte Runde war ja sehr außergewöhnlich gewesen, mal gucken was es jetzt kommt eine sehr sehr schöne Runde so haben wir auch wieder einen richtig coolen Hintergrund die Wikinger und diesmal habe ich das richtige Waffenpack eingestellt sieht man schon an unserem Leben plus 50 Gesundheit wahrscheinlich ja locker easy du Cheater plus 100 Gesundheit sogar, krass nein 50, wir haben 150 basic drück mal bitte springen ne schade Drecksack ich doch nicht da fliegt er hier über das ganze Feld ach, das ist auch noch mal, ups so, bist du denn? ich bin überall und nirgends, du wirst mich nicht finden denn so, haben wir Zeit ja schon der Mond geht auf so und das Schnee fällt so ok, ich kann gleich mal gleich sagen, an was mich das noch erinnert an was? äh, warte kurz konzentration ich bin überall bei Zucker rausholen und konzentrieren oh 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 nice und hab ich einen getroffen unverschont 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 einfach war doch ein bisschen, ok aber trotzdem wenigstens angekratzt mich erinnert es auch ein bisschen an, äh, gehen wir mal vor uns von der letzten Staffel wo die da vor den Untoten angegriffen werden so ein bisschen die Stelle ach, Spoiler, Spoiler, Spoiler ja, du hast ja nicht gesagt, wo ähm also hast du jetzt schon fertig geschaut oder nicht? ja, klar, aber halt unsere Zuschauer, die müssen leiden ich mein, so viel Spoiler war das jetzt nicht, aber so ein bisschen hat das auf jeden Fall die Hintergrundsfeeling so ähm das geht, ne, so das ist jetzt nicht wie das da war, aber nein, 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 überleg mal jetzt so von der diese Häuser dann diese diese Wasserbucht und die da, die Berge im Hintergrund finde ich schon so ein bisschen so ein bisschen so ein bisschen, ich fand das ja, so ein bisschen ja, ja, bisschen was mach ich denn mal, ich mach mal mit dir hier I am a pro Braceballplayer und du gehst down einfach weg das ist so, so lächerlich Massenvernichtungswaffengesicht, was? einfach mal, ne Atombombe klar, klar kennt man so? ja ich finde man auch öfters mal auf der Straße ah, ok hab ich mir mal zwei, drei mitgenommen für Notfall für Notfall boah, was machst du jetzt am meisten Schaden wir benutzen jetzt übrigens beide das gleiche Mikrofon stimmt, ja ja, alle unsere Zuschauer kann man ja auf jeden Fall mal dazu sagen ja, wir hören uns vielleicht nicht gleich an weil wir da unterschiedlich eingestellt sind ja, genau ich mach so 20 oh, aber du kannst damit zweimal schießen wenn du zweimal getroffen hättest du ein Loop ha ha ich wusste sicher nicht ha ha oh jetzt kann man aber meiner Schrotpinte schon mal wissen hoffentlich auch seufst du da drunter ne ich bin nämlich wasserfest hallo das war's äh ich hab'n Baseballschläger ich schlag dich jetzt wieder weg ah ne ok ich bin nämlich kreativ krass, immer Abwechslung hier tschüss ich hab' so blöde Positionen ah, ich bin übrigens nicht ganz runtergefallen diesmal ja, aber ich wollte dich mit diesen Teil da sprengen aber es hat nicht funktioniert so gut Objekte machen manchmal einfach gar keinen Sinn ja, manche, sich so nötig ich lieber, wenn beim nächsten Wurm sollen die lieber und wie ich weiß nicht, muss ich wollen und die Gegner kaputt schlagen und so was anders das ist für Sprung Das war der Sprung sehr gut aber so ein Sprung gesehen, toll, 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 aber es ist schnell Oh, shit, aber da war schon schon ein bisschen Schieten oder es ist ein bisschen hochgeglitscht also grüßt ja jetzt wird er wieder sein bei sie heraus so wie so ein baseballpfleger also könnte das spiel ich meine wir sind ja gute freunde und so aber also bei geld letzte woche dass die aktion da hört auch mal schwarze auf eine freundschaft sowieso naja warte mal wenn ich dran bin dann hol ich dich nicht weil ich hier am anderen Arsch der Welt stehe er hat er merkt schon nao spiel ist ich will es bringen bieten lassen die die Sprengen Signore da wird das gut da hat man muss nach der Kürpflore opfern ja stimmt ich habe meine wasser Zitrix ich will das was da oben ist ich habe mir zu mir Baby Oh, fahd Kann ich gar nicht achten, ich hab's halt sein Haaa Nein! Jaaa Oh, was das sehr gut Du bist einfach wieder da, landest du am Anfang, du warst das einfach nicht wieder Alter, und ich darf immer noch Alter, warum fliegt der so heftig? Fliegt doch nicht so heftig, man Was soll das? Okay, sehr gut Ähm Ach, weißt du was? Wir bleiben beim Klassiker, würde ich sagen Oh, jetzt will wieder Baseball Ja Weißt du, Mystery? Ich hab da so einen Baseballschläger Die wollte ich dir schon lange mal zeigen In dein Gesicht! Ja, okay, war halt schon... War okay Ja, du bist schon ganz schön gut gefallen Ja, war okay, war okay Okay Hast du überhaupt Schaden bekommen? Ein bisschen, ne? Die zwei, oder wie? Sag ich ja, war okay gewiss Zieb da einfach wieder ab Ich hab abgehoben, ne? Ey, seitdem du, äh... Seitdem du den Baseball in die Fresse bekommen hast, bist du voll abgehoben Ja, richtiges Arschloch geworden Ja So kann ich nicht Das war's Das kriechen das immer noch mal Hä? Als ob ich da nicht drüber komme Ich komm's da nicht drüber, das ist zu steil Hä? Guck mal, was hast du da drüber? Was geht bei dem denn bitte? So Ich hab auch grad gedacht, so einen Läufe, das ist richtig gut Das ist einfach die Baseball-Runde Das ist einfach die Baseball-Runde Das ist einfach die Baseball-Runde Das ist die Baseball-Runde, Leute So Baseball-Schläger only Haha Die haben sich gegründet Jetzt noch mal rausholen und noch mal schnell schlagen Es fällt von der Start Okay Oh, guck mal wer jetzt dran ist Das passt ja Ein bisschen Das passt ja Ähm Ja, sag jetzt schon, das ist ne gute Idee Döm Dödem 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 Ups War er schon krass Oh Oh shit nein Oh 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 Nein Nein bitte explierf devoted Gottes willen Ja, das ist ja immer noch ein bisschen damage gegeben Das ist, das ist gefanes Aber nur zwei, das passt schon Du hast genug Fung und katt Wie dumm das einfach war. Aber es sah cool aus. Aber ist das echt alles, worauf es ankommt? Cool auszusehen ist alles einfach. Okay, okay. Mehr gibt's nicht im Leben. Dann würde ich mal sagen, bitteschön. Ja, genau. Da holt er die Betonese raus. Nein, nein. Jetzt erst mal selber. Gute Nacht. Oh, er hat einfach nichts gebracht. Haha. Die Runde war jetzt richtig schlecht. Die war richtig, richtig schlecht. Natürlich viel besser mit dem Schiff. Geil. Traurig. Das ist einfach geil. Ich war traurig. Obwohl, den oben habe ich eigentlich... Es war schon Schaden gegeben. Ja, hast du... Okay, das war gar nicht so schlimm. Bisschen. Das war schon scheiße, aber nicht so unfassbar. Eben, eben. Das ist das, wo es doch drauf ankommt. Ja. Wieso bist du denn jetzt? Es war nicht so krass demütigend, aber es war schon demütigend. Ja, ja. Guck mal hier. Nein, springe noch nicht ins Wasser. Tschüss. Ganz weit weg, bitte. Dankeschön. Ciao. Ich wollte nicht, dass du die Fisten bekommst. Ja, das ist nicht so viele. Dann hast du natürlich richtig gut gemacht. Das war recht. Es war einfach... Ja. Das war fantastisch. Man nennt mich auch Wurmskull. Das ist mir aufgefallen bei den ganzen Wurmskull. Immer sobald einer den Esel benutzt, sonst andere und die anderen auch immer gleich die Esel. Ja, der ist einfach so krass. So, wir wollen mal wieder Land gewinnen, würde ich sagen. Und lassen wir uns heute Land zurück. Mit dem Jackpack. Ja. Oh, ich weiß, was du vor hast. Du bist böse. Du kennst mich. Also, das bist sogar du selbst hier. Von daher... Hallo? Echt? Jetzt bin ich das? Ja, du bist der Kato-State. Ja, bin ich. Hallo, guten Tag. Tag, 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 Tag. Ich könnte jetzt ne große Rede wiederhalten, aber... Also... machen wir es kosten schmerzlos. Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Es hört wie hell. Du hast mir eine Herausforderung gestellt. Ich nehme sie an. Das endet nicht gut für dich. Schauen wir mal. Denn... Ich habe etwas, was du nicht bezwingen wirst. Leuchtschwieger? Oh. Super Shreeeeep! Das schafft es. Sehr witzig. Jaaaauw! Shit! ultra mega salto flatsch hat es gemacht ja da kann es eigentlich stolz drauf sein dass so einen tollen abgang gemacht hat ja das recht ich bin richtig stolz drauf das werde ich auf jeden fall noch mal in zeitlupe einblenden okay viel spaß dabei jetzt das leuten gerade noch dein video geliked recht dieses mod vorstellungsvideo ich will ja nicht spoilern aber du hättest ja auch das erstes medipack holen können und dann mein warum vernichten können hätte ich hätte ja das muss man nicht machen kann man machen hätte hätte fahrradkette eben was er jetzt wo hat ist wahrscheinlich die schlauste ideen sein klicken okay die macht nicht viel schaden ne weißt du weiß ich nicht sehr enttäuschende aktion wieder gewesen ja fand ich auch sehr enttäuschend von dir ich bin sehr enttäuscht was denn das eigentlich ach das ist hier mr moley moley boley wo ist denn dein hier ist doch der idee ist auch noch mal besuchen oder das ist auch ein süßer hier gucke mal was für die habe oh dankeschön das ist aber sehr freundlich von dir so ist er ja cool aber schwimmen gehen willst du trotzdem nicht oder ist gar nicht so und nicht so bock drauf ich bin eigentlich die Stelle da oben ganz gut ja ich habe gehört baden ist auch nicht so dein ding machst du nur einmal im jahr zweimal zwei mal finde ich gut ist auf jeden fall ein like dafür danke jetzt fliegt da weg du bist da jetzt beide auf ein ist schon ein bisschen unfair würde ich sagen drück den waffenknopf dann endet es automatisch so gibt dir auch noch tipps ey ich bin viel zu freundlich machen wir das machen wir das ne so die frage ist was mache ich jetzt noch ich meine ich habe Zeit du zerstörst dich einfach selber könnte ich machen aber dann mache ich auch so cool aus ich weiß ja nicht warum ich das jetzt gemacht habe was ich gerade gemacht habe aber es ist okay du hast irgendwas gemacht das ist doch schon mal wenigstens was was tust du was versprichst du dir davon spaß am leben guck oh mit napalm oh ganz gefährlich oh oh der mr napalm boi der trifft er mich aber richtig heftig ich habe dich nicht mehr getroffen ja eben richtig traurig gerade also ich stehe da jetzt schon ein bisschen scheiße muss man sagen also hier zwischen zwei von deinen kollegen aber ich kann meine situation schlagartig ganz arg verbessern mach mal hab ich okay langweilig sagt er hattest du dir auch gesagt ja bei mir hat er nur gegend okay so auf jeden fall der spannendste zug den wir gesehen haben finde ich also muss ich einfach mal so sagen ja was machst du jetzt das ist oh gott damit springst du uns alle in die luft okay oder auch nicht springst einfach gar keine in die luft wow warum glitzert eigentlich meine kanone oder ich verstehe das nicht ist die extra famous oder ja was ist mit der los okay extra famous kanone ähm dann benutze ich mal hier den verrückten na guck mit er kamen geständ Mitsch suicidipp kein Daimh so gemessen bis die Wärme weck seither ab minded monuments ist so Das wirst du nicht nochmal schaffen. Ah da piep, meine Kanone schon. Ja. Zum mehr wird es aber nicht kommen. Denkst du? Ja, von der Position ist aber schlecht, ne? Weißt du schon. Guck, richtig krass, oder? Wow, das war echt... Krass, krass, einfach. Ich bin wirklich beeindruckt. Oh man, ich bin wirklich... Ein bisschen beeindruckt gerade. Warum klitzert sie? Das würde mich echt interessieren, warum die klitzert. Weiß ich nicht. Aber wir können ja mal gucken. Ähm... Die hier auch klitzert. Ja. Warum klitzert die? Echt, ne? Ich versteh das nicht. Die haben magische Fähigkeiten. Das sind magische Kanonen. Das sind keine normalen Kanonen. Na klar. So, Mystery, jetzt heißt es du und ich. Und... Ein Luftangriff. I'm sorry. Haha, zu geil, ne? Ah ja, das war jetzt so... Mehr mittelmäßig, ne? War okay, war okay. War... Mehr als so mittelmäßig. Kann man glaube ich sagen. Oh, guck an was ich... Aber das... Ähm... Nachkommen zum Finale. Ist auch lustig. Ah, das wollte ich dann ab nächstes machen. Ja? Ja. Oh, Alter, wie ich mich selbst treffe. Ja, ist so. Ich verstehste noch selbst, sag ich dir. Also, den hast du auch dauernd sehen. Ich dachte, ich stehe eigentlich ganz gut da, aber auch nicht. Nee. Von rechts hast du kaputt gemacht. Von dir. Au. Ja, ich will nicht. Das könnte jetzt nochmal alles rumreißen. Was ist denn los? Warum trifft es mich die ganze Zeit? Und dich einfach gar nicht. Wie du dich kaputt machst. Alter, du bist so weg. Ich glaube, das habe ich so ganz oft dadurch gewonnen, durch deine Selbstzerstörung. Ja, ein... Einwohn ist auf jeden Fall weg. Achtung, Achtung. Oder? Ja, beide weg. Beide weg. Oder eine, oder eine lebt nur. Oh Gott. Oh Gott. Oh shit, war das dumm. Aber cool. War, war sehr cool. War eine cool Aktion wirklich. Das ist was, worauf sein. Nee, tüttet mich mal in dieser Runde nicht, denn, äh, gibt's Überraschung in der nächsten. Was? Ja. Wie? Glaub an mich. Nee, ich tüttet es. Nein, tüttet mich nicht. Ach, weiß. Glaub an mich, und es gibt eine Überraschung. Ey, ich kann das Finale viel cooler machen. Ach, das könntest du bestimmt, aber... Achso. Das könntest du bestimmt, aber... Ich bin zu arrogant, um das zu tun. Wenn ich Schaden bekomme, beendet's die Runde sich dann? Du kannst auch Seilspringen machen. Und dann? Nein, dann beendet sich die Runde auch. Nein, nein, ich will die Runde nicht beenden. Wenn ich Schaden bekomme, beendet sich die Runde, ne? Ja. Ach, weißt du was? Lass uns mal YOLO machen. Machst du nochmal? Ja, lass uns mal YOLO machen. Hallo, Alter. Mal gucken, was passiert. Okay. Vielleicht verliere ich jetzt auch noch. Sonst hätte ich jetzt hier diesen Kamikaze-Angriff gemacht. Achso. Ich damit einfach mit weggebombt. Oh, 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 oh. Ich kann nicht sein, dass das noch passiert. Nein, okay, das war's. Ich sterbe einfach. Aber ich kann auch noch sterben. Das ist noch nicht so entschieden. Ich muss darauf achten, nur die kleinen Treffen, die großen Treffen gar nicht. Alter, ich könnte auch noch kaputt sein. Ich glaube, ich bin auch gestorben. Ich krieg dich noch einen auf dem Deckel. Ich glaube, ich bin auch gestorben. Ja. Ah, ja. Oh, shit. Oh, wir sind beide weg, einfach. Ja, geil. Okay, das gab's mal unentschieden, ne? Ja. Stell das einfach mal mit vier Spielern vor und jeder macht das hintereinander. Ja. So ist das. 28 Schaden, ey. Krass. Ja. Da war mal ein cooles Ende. Ja. Gutes Unentschieden, Herr Mystery. Herr Akato. Ja. War schön. War eine gute Runde. Ja, auf jeden Fall. Und wenn's euch auch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Genau. Bis dann, ciao. Euer Mystery. Und tschüss.